Dorn Armin mit Schweizer mehr kommen zurück im Schloss Lexington und Nürnberg müssen das alles neu machen in der also in dem Schloss Lexington sind die Bewohner ziemlich gesprächig sie seufzen nur Geld in dem Leben er aber die er hat er hat die Seite erbringt auch die Bilder sind die erhebenden von damals sie müssen wir sind die Helden die eine Wasserprobe verloren haben und dadurch trotzdem das Dorf gerettet haben ich hab da gleich unabsichtlich überspringen gedreht muss ich ehrlich zugeben ich hab das mit die ganze Zeit vor die Zuschauer haben eben eine unheimlich schöne Untermalung Aua 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 Ge weg von mir weg von den Schlafpflanzen er hat die Schlange erneutung er schlagen die die Blocken die Kamsung und die Gäste betrachten sie verfolgt sobald offen sind glaube ich kann man zu töten aber auch ein bisschen gelaufen da muss warten 2 also sobald müssen weil ich die Sportgeweck des Kanzel hin muss ich noch mal so lange das Bild zu holen wird noch besser die Wurzbilder noch herrscht das hat es in vollem Gangster Töteres Bevor es Eier legen Gebt weg und Achten die Plastik Schöne zackt Ich kann jeweils diese komischen Grünfasern die da so hin und her schwingen wie es wenn's streng würden Ja genau auf der Verschriftung Umnützt man nicht nicht töten, glaube ich. Ich kann ihn nicht töten, sondern vorher probiert Ich kann sie unbedingt wegschlitzen Aber was war da ich? Was war da für Gegner? Was war da für Gegner? Es ist ein Klickstamm, das habe ich nicht ganz verstanden Irgendwie war es von mir, weil es ist weggebrannt Ja, die explodieren einfach Ja, dann bleibt Zuerst, keine Ahnung, lasst Eigentlich bin ich tot Los Äh, gebürscht Also diese Penner und gerade deine gleichzeitige Steiger macht das mal Ich glaube, ich habe sogar irgendwann Zauber, der wenn ich einen schwändigen von Kohle, ob das der heilt oder wiederbelebt Okay, ne, ich habe dort, ich habe ihn nicht Also Aber ich muss echt mehr mein Lebenskill, ich bin so schnell down Was das Magier nicht verwunderlich ist, aber dennoch Warte, kannst du mich heilen Dafür hast du mich Yay Ich muss kurz was schauen und zwar ob jetzt Ja, das geht schneller Der Fug? Ja, ich habe zwei verschiedene Skills Der eine läuft automatisch, den anderen mache ich mal nur mit Tastendruck Hm, so Es ist auch eine ganz nice Punkt So, jetzt passt es mit mir aus, ja Na, nein, bitte ich bin gerne Steyner mich Bitte keine Steyner mich Bitte keine Steyner mich Bitte keine Steyner mich Ich heile dich bis zum Fall Ich ging die Frau in dem Willi Mann ja ja weil das was sind diejenigen die mann die Uhr Miehlmann ich muss mich der Richter ist bitte nicht gern mit dem Stern mit dem Leben 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 schaden machen leben 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 schaden machen ein Gefallen und weiterkämpfen und einfrieren Barthel Stichwürttemberg auf den richtigen Weg jetzt wir können nicht wenn man nicht auf der Scheiße das ist natürlich kacke aber natürlich die Regel erst dann den Weg wenn man schon dastehen ja genau so er ist einfach du musst du in die Spiele laufen doch irgendwie ganz komisch aber die Tüche von der Steiner bekommen Angriff also kommt er hat die Treffer aber auch fast irgendwie ich gehe nicht zu nah an die Wampel ich stehe mir unter die Wampel von diese Gulen ist 100 Prozent dritteln der Eier bla 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 ich würde sagen das überschwemmer ich habe einen Ziegenweg dahin gesehen immer wieder zurück ja gehen wir zurück und schauen wo es uns hinbringt wir haben nur so viel Zeit ne ja bitte noch in der Ferien genau da noch 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 aber das ist bald vorbei noch nicht alle die Schäde zählt bis bald vorüber Nürnberg nur wieder der erstes Leben und bei jetzt so vorliegen wie mit perfekter motion da haben wir auch hier wirklich solche haben aber so was kommen wir diese düzen eine noch absolut jedes mal den Fall falschen Charakter die ansteckend so glaube ich den Schauspieler der schwarzen ihr derjenige der ist der ganz vorne auch für den Scheuner die Meryl das darf das Mili Mann vor die Mannfrau Wieso muss ich eigentlich der Hahn und euch Hennen sein? Frag ich mich auch. Warum gerade du? Da-dam-dam, 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 da-dam. Ja, du, Momo, als er so, wenn du mehr so auf Range kämpfst, ja, nur grad sagen, Patrick, bitte, danke. Und sollte ich hinten bleiben, ich weiß. Ja. Ja. Aber auch vorne stehen ist cooler. Das ist das Risiko geiler und ich bin risikobereit. Ja, ich habe noch eine zweite Sontag noch, also ich habe mir vor, ich bin ja noch eine übrig. Ja, deine Mann, ja, er hat neulich. Sascha. 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 ich habe ich hatte auch complex film also ich verstehe ich meine zuschatz ja ich kann nicht mehr angreifen also nicht mehr wirklich ich hoffe die zuschatz hält sich das heilt fast mal ein bisschen nach rechts ok so wird das heilt ja ich habe nicht die experimente fünf stuze nebeneinander ich gehe jetzt hoch dass mich ersten hochgehen dann mache ich das und dann gehe ich wieder zurück also kommen die erst ja okay okay ich mache das noch mal dass mich zuerst also ja ich war vor alle ich dachte dass dann mehr vorher sind die kommen von oben macht so schaut also warte mal hat nichts gebracht er wird ein solcher stört der stärkt uns ja nur nein er macht nicht sterben ja unser wort ich habe ihn eingefahren ja ich mache er ist ein körperlich ja also die augen hat also die augen gesehen nein die muss das alles stärker da sage ich ja ich bin drunter mal die da oben sind schon wieder bleibt weg von dem chef fass aber der kann ich mal an diesen kack magie erzüten ich habe es alleine zu finden ist der tod haben sie ja so eine pussie ich sehe aus wie ein liebter so ist es mir kurz die stelle der dritte erhält die überlegte schäuze er eine die dass ich bin zu weit weg wie sie das fassern mit der rösten nicht ein das ist keine gute eine große macht man dann gehabt amt die ersten sind die größte Brust sind der Moment mal kommt wenn man heute muss noch mit meiner erkenntnis passen ich lass mich gelaufen weil ich sowieso nur die Sprecher zu haben Prozent das ist fast ich glaube auch da oder das immer wieder der Koblenkönig ist so leute wir sind zurück hier in Wanderlust wie wird und Prozent die Sons zu töten habe ich ich habe die Marke Lütz und jetzt let's go drauf aber das ist noch mit Fass auf weg ich habe nicht ich habe nicht ich habe mich an weil von den Typen mit dem Tee gelernt Kölner gab bei der Aufruhrung die Fässer Wesen wir haben die Rückmung ja aber trotzdem in die Touristie war nichts mehr aus dem Beinichter und wenn er bei der Ausdauer sind diese Magier wir können können überall was drüben umgebracht diese Wachse in der Höhle Wiese muss man verraten und sie ist weiter uns in der Hand ist es war nicht wieder sterben so auch mal sich mit dem Vater ob wir leben noch aber dann war das nicht erst dann kann ich den Typ noch mal mit dem Fass übrigens das ist er ist tot m nur und die Kisten zu schlagen ich noch nicht nicht Röder Röder da bis zu Dachlern Flieger das ist eine Bühne also ich wollte er liebte sich an der Kanzler aus aktuellen Tief der Verhältnisse und die Schüler zu finden Sprinten gerade vor Zauberer war ja eben was treffend nicht jetzt ja ich werde ja der ort der macht schon viele sollten wir sollten weitergehen hinter mir man ist schon ziemlich tief herabgesucht wenn man als penner hinten im urinal ist er kommt er sich an becknarrt ja und wie es uns passieren immer so weiter für mich im Grunde nicht dass er drauf geht heute wurden wird und freut mich Warnbogen hoch wo so alt die haben die Lange alt verbrochen ist so genial also was haben wir gelernt wer hat die magier ziel hat die magier ich hab keine ehrengelehrt aus junge du musst du bist du uns bewegen hast du schutz oder sowas da habe ich nicht auf einstürzt wird die lehrer die versuchte gar zu einstürzt wird ich bin fast dauerl zurück zu lassen so gut geht ich bin hier so einstürzt leben für mich verregt ja ja muss man darauf kommen wieder Und dann mal, hey, wir kriegen so ein Leben zurück. Oder das ganze Leben. Boah. Boah, ey. Alter, scheiße, ich hab mich aufgemacht. Ich sag, ja, Alter, da kommen sie wieder, ne? Nee, die sind noch... Boah. Aua! Boah, ich überdacht, ich will... Alter, habt ihr gerade gesehen, ich hab's gerade voll weg? Ja, mich, ja. Ja, ich hab's... Okay, wir kommen mal in meiner Welt. Jetzt ist... Boah, jetzt ist das... Was macht dieser Käfer da? Das ist das, dass jetzt mosquitoes und Skarabäen sind Käfer. Mhm. Was ist für mich, das ist doch der abus- wenn Dinosreiter. Oh, oh, oooohòng. Diese Weibungen briten gemädock wholesale, okay. Nicht, ich nicht. Ich hab schon. Ich hab' nicht eingezündet und verstärkt das ist ja genau bewegen ich halte hier schon dass du schon mit der zeit die äh Andrew und verlierst die Stamine und so. Ja, bist du ja, ich kann nichts machen gegen den. Ich glaube, der Panzer ist arm und unbeschallt. Ich glaube, du kannst euch nur von vorne angreifen. Doch, wir versuchen nur die Steine zu locken. Auch stimmt. Das ist deine Idee. Da ist er tot. Nein, doch nicht. Nein, nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir. Äh, nee. Ja, du hast ja nicht zu mir bekommen. Gregor, geh da weg. Gregor, geh da weg. Gregor, geh da weg. Gregor, geh da weg. Gregor, heil dich bei mir. Ich bin klein, höchstlich auf mich. Ja, ich habe ihn angezogen. Ich habe ihn beeilt, den angezogen. Der nimmt doch von vorne angreifen. Ja, man steckt deine Kopfhörer. Wow. Und auf und auf. Oder auch nicht, ne? Rüdiger, hilf uns. Nein, lass mich in Ruhe. Da müssen wir seinen Arsch angreifen. Nein, der nimmt doch von vorne angreifen. Nein, der nimmt doch von vorne angreifen. Ich habe ihn angezogen. Aber das zieht zu wenig, womit dann. Hauptsache, er ist wach. Ja, wir müssen in die Steine los. Ich kann ihn nicht mehr weg. Ich kann ihn nicht mehr weg. ich bin halt mal in Mannen heilen er ist es hat mich gesagt dass du ausgebildeten an jetzt war wenn anscheinend wenn ich nicht durch und er ist nicht der Stern macht so viel damit ja und ich bin ein Mann sind noch gehalten das ist ein guter zu blocken so will der Mensch macht er nicht wirklich was dann bekommst du wieder Energie zurück ich brauche er in die Hände mich raus der Lauflauf auf Städtisch so gehen die Scherste L Heiko der Mann sind und er hat diesen haben wir können was soll ich dazu sagen nein die BDV ich kann die Erachter nicht blocken ich bin gleich dort! Ja, aber er war das. Aber er nimmt keinen Schaden, er nimmt keinen Schaden. Doch, von den Steinen schon. Schau mal her, der ist immer nur voll im Leben. Nein, der ist nicht. Das ist mir egal, dass ich die Levelbar nicht aktualisiert. Ich bin den an. Ich habe ihn verheißed, bitte Steinen, fliegt drauf. Ah, scheiße, das ist fertig. Brenne, du blöder Peiner, brenne! Ich hab mich da baune. Nein, das hatte ich nicht so wie ich schätze. Lockt ihn, wir müssen irgendwie so... Nein, das geht irgendwie schwer, wenn er nicht wirklich reagiert.